Hallo liebe Freundinnen und Freunde des Hörkanals, es ist August, Reisezeit, einige von euch sind vielleicht im Harz unterwegs und für diejenigen und alle, die sich für den Harz interessieren, habe ich heute die Sage von der Ross-Trappe, aufgeschrieben von Johann Karl Christoph Nachtigall. Die Ross-Trappe oder den Ross-Trapp nennt man einen Fels mit einer ovalrunden Vertiefung, welche einige Ähnlichkeit mit dem Eindruck eines riesenmäßigen Pferdehufs hat, in dem hohen Vorgebirge des Harzes hinter Thale, den viele Reisende besonders wegen der schönen romantischen, fast schweizerischen Aussichten zu besteigen pflegen. Das Entstehen jener Vertiefung erklärt folgende Volkssage. Vor tausend und mehreren Jahren, lange vorher, ehe auf den umliegenden Bergen Raubritter die Heumburg, die Leuenburg, die Steckelnburg und die Winzenburg erbauten, war das ganze große Land rings um den Harz her von Riesen bewohnt, welche Heiden waren und Zauberer. Diese kannten keine Freude als Raub und Mord und Gewalttat. Fehlte es ihnen an Waffen, so rissen sie die nächste sechzigjährige Eiche aus und fochten mit ihr. Was sich ihnen entgegenstellte, schlugen sie nieder mit ihren Keulen, und die Weiber, die ihnen gefielen, schleppten sie mit sich fort, ihnen zu dienen bei Tag und bei Nacht. In dem Boheimer Walde hausete zu der Zeit ein Riese, Bodo genannt, ungeheuer groß und stark, des ganzen Landes Schrecken. Vor ihm krümmten sich alle Riesen in Boheim und Franken, aber die Königstochter vom Riesengebirge Emma vermochte er nicht zu seiner Liebe zu zwingen, hier half nicht Stärke, nicht List, denn sie stand mit einem mächtigen Geiste im Bunde. Einst ersahe Bodo seine geliebte Jagend auf der Schneekoppe und sattelte sogleich seinen Zelter, der meilenlange Fluren in Minuten übersprang, und schwur bei allen Geistern der Hölle, diesmal Emma zu sehen oder sterben. Schneller als ein Habicht fliegt, sprengt er heran, und fast hätt er sie erreicht, ehe sie es merkte, dass ihr Feind sich ihr nahe. Doch als sie ihn zwei Meilen von sich ersah und ihn erkannte, an den Torflügeln eines zerstörten Städtleins, die ihm zum Schilde dienten, da schwenkte sie schnell ihr Ross, und es flog von ihren Spornen getrieben von Berg zu Berg, von Klippe zu Klippe, durch Täler und Moreste und Wälder, das von dem Hufschlag getroffen, die Buchen und Eichen umherstoben wie Stoppeln. So flog sie durch der Thüringer Land und kam in die Gebirge des Harzes. Oft hörte sie einige Meilen hinter sich das Schnauben von Bodos Ross und jagte dann den nimmermüden Zelter zu neuen Sprüngen auf. Jetzt stand ihr Ross verschnaufend auf dem furchtbaren Fels, der von dem Jubeltanz des Bösen, der Teufelstanzplatz, heißt. Angstvoll blickte Emma, zitternd, blickte ihr Ross herab in die Tiefe, denn mehr als tausend Fuß ging senkrecht wie ein Turm die Felsenmauer herab zum grausenden Abgrund. Tief unter sich hörte sie das dumpfe Rauschen des Stroms, der hier in einem furchtbaren Wirbel sich dreht. Der entgegenstehende Fels auf der anderen Seite des Abgrundes schien ihr noch weiter entfernt als der Strudel und kaum Raum zu haben für einen Vorderfuß ihres Rosses. Da stand sie, staunend und zweifelnd. Hinter sich dachte sie den Feind, den sie ärger hasste als den Tod. Vor sich sah sie den Abgrund, der seinen Rachen weit gegen sie auftat. Jetzt hörte Emma von Neuem das Schnauben von Bodos keuchendem Ross. In der Angst ihres Herzens rief sie die Geister ihrer Väter um Hilfe, und ohne Besinnung drückt sie ihrem Zelter die ellenlangen Spornen in die Seiten. Und das Ross sprang, sprang über den tausendfüßigen Abgrund weg, erreichte glücklich die spitze Klippe und schlug seinen Huf vier Fuß tief in das harte Gestein, das die stiebenden Funken wie Blitze das ganze Land umher erhellten. Das ist jener Rostrap. Die Länge der Zeit hat die Vertiefung kleiner gemacht, aber kein Regen kann sie ganz verwaschen. Gerettet war Emma. Doch die zentnerschwere goldene Krone der Königstochter fiel während des Sprunges des Pferdes von ihrem Kopfe herab in die Tiefe. Bodo, der Emma nur sah und nicht den Abgrund, sprang der Fliehende nach mit seinem Streitross und stürzte in den Strudel des Stroms, dem er den Namen gab. Hier verwandelt in einen schwarzen Hund bewacht er die goldene Krone der Prinzessin, daß kein Gelddurstiger sie heraufhole aus dem wirbelnden Schlunde. Ein Taucher wagte dies einst unter großen Versprechungen. Er stieg in die Tiefe herab, fand die Krone und hob sie in die Höhe, daß das zahllos versammelte Volk schon die goldenen Spitzen sah. Aber zweimal entstürzte die schwere Krone seinen Händen, das Volk rief ihm zu, noch einmal hinabzusteigen, er tat es, und ein Blutstrahl sprang hoch in die Höhe. Der Taucher kam nicht wieder herauf. Schüchtern und grausend naht sich noch jetzt der Wanderer der Schlucht, denn sie deckt schwarze Nacht. Die Stille des Todes schwebt über dem Abgrunde, kein Vogel fliegt über ihn hin, und in der Mitte der Nacht hört man oft in der Ferne das dumpfe Hundegeheul des Heiden. Noch jetzt heißt der Strudel, wo der Hund die goldene Krone bewacht, der Kretpfuhl, und der Fels, wo Emma, die Königstochter, die Hilfe der Geister der Hölle erflehte, des Teufels Tanzplatz. Anmerkung, der Fluss, der im Tal fließt, ist natürlich die Bode, benannt nach dem Riesen Bodo, und Kretpfuhl heißt so viel wie Teufelspfuhl. Das war die Sage von der Rostrappe. Wenn euch das gefallen hat, dann freut euch schon auf den Rest des August, denn dann gibt es auch noch Sagen und Legenden über Vineta, Wilhelm Tell, den Stülpner Karl, und mal sehen, was sonst noch kommt. Ich danke euch herzlich fürs Lauschen und sage Tschüss, eure Eva.